Herzlich Willkommen im Kindesbach-Runtergrund für Sintelkini. Mein Name ist Wolfgang Würmel, ich bin der Besitzer von dem Berg hier und somit von dem, was in dem Berg drin ist. Und das ist diese Untertagenanlage. Das ist einstiegig, die Anlage hat ungefähr 4.300, 4.400 Quadratmeter Grundfläche. Das sind ungefähr 80 Spürerräume. Das heißt, wenn ihr selber auf Achse geht, passt auch auf, brecht nirgends ein. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, sagt lieber uns Bescheid, ob wir vielleicht per legalem Wege mal versuchen können, dort reinzukommen oder dort eine Führung zu machen. Genauso da drin. Benehmt euch, macht nichts kaputt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß in der Anlage. Die Tour geht bis circa 13 Uhr. Genau. Ja. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.